200 Bild hab ich! Nicht kaputt! Wunderbar! Radio PSR. Sinnlos Telefon. Mediomach Leipzig, guten Tag. Ja, ich wär noch mal blöde mit den Scheißdingen. Ich hab mir hier vor dem Donnerstag... Das geht nicht. Wie funktioniert denn die Scheiße hier? Was haben Sie denn gekauft? Na hier, so... So mal hier mit die Kassetten. Ja, ich seh aber nicht. In den kleinen Videorekorder. Nicht klar! Scheiße hier! Denn kommen Sie doch mal her! Und fahren wir... Ich komme noch einmal dorthin oder was!? Mit der Scheiße! Wie geht denn das? Was haben Sie denn vor dem Videorekorder? So, Resensler! So, wo ist hier vorne und hinten? 200 Bild hab ich! Bald! DÖÖÖÖÖ! Scheiße! Mit der Scheiße hier! Wie geht denn das? Also am besten Sie kommen nochmal her! Ich komme nicht her! Wenn wir das Gerät mitzubringen, dann zeigen wir ihnen das mal an einem anderen Gerät und dann kriegt man das doch auf jeden Fall hin. Ich seh nicht, einen schwarzen Bildschirm hab ich, einen schwarzen Bildschirm, ein ganzes Wochenende, Scheiße! Ja am besten mal herkommen, dass wir oft mal sehen was der Fakt ist und dann läst man das auf jeden Fall. Ich war doch scheinemal dort und hab das Ding gekauft, jetzt bin ich Heime gefahren mit der Scheiße! Wie geht denn das? Das ist... Also von der Fange, also am Telefon ist das sowas sehr schlecht. Wo kann man denn hier überhaupt, dass wir mal hier, dass wir mal was sind? Ja, also wie gesagt, von der Fange an, an das Netz haben es ein Angeschlossener und Antenne ist auch dran. Kabel, alles dran! Ich hab sogar eine Kassette! Also am besten mal herkommen mit dem Kassenzettel und da gucken wir uns das mal an. Ich schmeiß die Scheiße aus dem Fenster raus! Wie gesagt, schau mal hin, da gucken wir uns das hier an und da werden wir sehen was wir machen. Ich hau ihn weg! Naja, das müssen wir auch nicht unbedingt machen. Hier, hier steht ON-OFF! Soll ich da drauf trinken oder was? Na trinken Sie doch mal drauf! Wenn's ordentlich angeschlossen ist, trinken Sie doch mal auf den Netz, Schalter! Jetzt geht er! Na, sehen Sie! Das gibt's doch gar nicht! Na! Aber wenn Sie da noch irgendwie mit irgendwas nicht zurechtkommen, können wir Ihnen das ja auch an dem Gerät zu mir zeigen. Da geht! Alles klar! Sehr schön! Das gibt's doch gar nicht! Der geht! Ich hab hier auf den Knopf gedrängt und der geht! Na wunderbar! So ne Scheiße! Da geht! Ich reche mich öff im Wochenende und der geht! Oh! Na wunderbar! Wunderbar! Prima! Prima! Alles klar! Radio PSR! Das ist sinnlos Telefon! Ha! Alles klar! Neun! Ha! Ich hab durch! Ha! Klasse! Radio PSR! Sinnlos Telefon! Jederzeit auf Ihrem Telefon! Mit der MEA-PSR-App für Android und iPhone! Telefon!